Mein Name ist Anneke Rieper und ich leite die Krisenwohngruppe in Berlin-Mitte. Wir nehmen Kinder mit ihren Eltern in Krisensituationen bei uns auf. Und es gibt nicht sofort eine Trennung, was bei kleinen Kindern, also wenn es nicht wirklich nötig ist, auch nicht passieren sollte. Nicht ein Ohr! Ne, noch Väter nicht. Und jetzt wünsche ich allen Mitspielern, die ein Megalos haben, viel Glück. 10 Euro gewinnen die Megalose mit den Endziffern 7.1. 1.000 Euro fallen auf die 9704, 10.000 Euro auf die 55621, 100.000 Euro auf die 587395 und den Höchstgewinn von einer Million Euro im ersten Rang gewinnen die Megalose mit den Endziffern 9929723. Übrigens, ein Los der Fernsehlotterie ist eine schöne Geschenkidee. Spielen Sie mit und helfen Sie Ihren Mitmenschen. Spielen Sie mit und helfen Sie Ihren Mitmenschen. Spielen Sie mit und helfen Sie Ihren Mitmenschen.